Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt von eurem Lehrer den Zugang zum Book Creator bekommen beziehungsweise solltet ein E-Book mit Book Creator erstellen und ihr wisst nicht wie das geht, das will ich euch jetzt zeigen. Ihr habt dazu sehr wahrscheinlich einen QR-Code bekommen oder einen sogenannten Code aus mehreren Buchstaben und Zahlen, mit denen ihr zu diesem Buch Zugang bekommen sollt. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Falls es ihr noch nicht geschafft habt, ihr geht einfach auf die Homepage bookcreator.com. Also bookcreator.com, da seid ihr jetzt natürlich hier gelandet und jetzt geht es darum, dass man Sign-In macht, also quasi sich anmeldet. Natürlich werdet ihr hier nicht eure eigenen Daten hinterlassen, ihr solltet euch nicht mit Google anmelden und nicht mit Microsoft anmelden, sondern ihr habt ja einen QR-Code von eurem Lehrer erhalten. Ihr klickt auf mit QR-Code anmelden und dann wird automatisch eure Kamera aktiviert, so dass ihr ganz schön den QR-Code in die Kamera halten könnt, so dass am Ende ihr nur noch einen Avatar, zum Beispiel ein Schweinchen auswählen sollt und schon seid ihr hier dabei bei dem neuen Buch, wo ihr jetzt selber ein neues Buch erstellen könnt. Ihr seid vielleicht schon bei mehreren Büchern dabei oder ihr wollt einem weiteren Buch zutreten. Das ist dann der Fall, wenn der Lehrer euch einen Code gibt. Man geht auf Bibliothek beitreten und dann gibt man den Code ein, den der Lehrer euch gegeben hat. So könnt ihr quasi mehreren Bibliotheken beitreten. Ich habe das jetzt ganze geblurrt, so dass man das nicht erkennen kann. Jetzt seid ihr in einem zweiten Buch. Man sieht hier, welche Bücher ihr schon alles habt. Und jetzt zeige ich euch, wie man hier ein neues Buch erstellt. Am besten, ich nehme immer Querformat 4 zu 3, weil das dann die anderen vielleicht auch verwenden. Da fragt er euren Lehrer. Und dann könnt ihr hier auf drei Seiten eure Bücher beschriften oder voll machen. Also man kann hier auch auf einzelnen Seiten sehen, was man so alles hat. Ich lösche jetzt mal meine Deckseite, weil ich will nur eine Seite erledigen. Und dann sieht man, dass man sogar zwei Seiten am Schluss hat. Also ich werde jetzt aber hier mal schauen, was man alles dazufügen kann. Ich kann importieren, nehme ich Bilder. Ich will einen Affe hinzufügen. Und das Schöne daran ist, diese Bilder sind von Pixabay und können gratis verändert und verwendet werden. Also nehme ich jetzt einfach diesen Affen und muss mich um das sogenannte Urheberrecht keine Gedanken mehr machen. Manchmal dauert das recht lang, aber jetzt kann ich meinen Affen setzen, wie ich möchte. Das geht also mit Importieren und Bilder. Ich kann aber auch eine Karte nehmen, zum Beispiel von meinem Wohnort. Oder wenn ich irgendein Land vorstellen soll, wie zum Beispiel London, dann kann ich eine Karte von London mit hinzufügen. Ich nehme hier die Satellitenansicht, lasse mal die Beschriftungen mit dabei, nehme vielleicht den Zoom noch ein bisschen raus, dass ich London ein bisschen größer habe. So und das wird jetzt hinzugefügt. Die Größe kann man natürlich auch nachträglich noch ändern. Kann es kleiner, kann es größer machen, so wie ich das eben gerade brauche. Und dann kann ich natürlich auch Dateien hinzufügen. Und da muss man höllisch aufpassen, denn alles was man hier hinzufügt, Dateien, das bedeutet, dass man hier aufs Urheberrecht Acht geben muss. Und das bedeutet, ihr dürft keine Bilder hochladen, das jemand anderem gehört. Also nicht einfach im Internet irgendein Bild suchen. Wer dann nochmal wissen möchte, wie das mit dem Urheberrecht und so geht, ich habe hier einen Video verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Aber ihr könnt zum Beispiel euch selbst ein Selfie machen, ein Foto machen und das dann hochladen. Aber denkt dran, macht ein Smiley über eure eigenen Fotos, weil eure Gesichter haben im Internet in so jungen Jahren eigentlich nichts verloren. Und was ich hier machen kann, ich kann Links einbetten. Also zum Beispiel einen Link zu YouTube, einen Link zu einer Excel-Tabelle, einen Link zu Spark Video. Also wenn euch einfällt, dass ihr irgendwas dazufügen möchtet, was einen Link braucht, dann kann man das hier machen. Was ich dann noch machen kann, ich kann meine Kamera auswählen, ein Foto machen, ein Video drehen. Ich kann hineinmalen mit einem Stift. Also hier zum Beispiel mache ich das mal, kann hier was malen, ein schönes Herz und kann das dann nachher, wenn ich hier auf fertig gegangen bin, auch wieder abschließen. Das wird hochgeladen und dann kann ich das tatsächlich auch wieder verschieben und hinmachen, wo ich möchte. Ich kann eine Tonaufnahme machen, ich kann etwas schreiben, wie zum Beispiel Hallo. Das ist etwas schwieriger, deswegen erkläre ich es vielleicht nochmal. Hier, wenn ich nämlich mit Rechtsklick draufgehe oder mit Lang draufbleibe, wenn ich auf dem Tablet unterwegs bin, dann kann ich hier das Format ändern, also in Groß nehmen. Ich kann die Farbe ändern, ich kann viele, viele, viele Sachen ändern. Das war es jetzt eigentlich schon. Das Einzige, was man noch dazu sagen könnte, es gibt noch sowas wie Comics, also Formen, die ich dazu bringen kann. Oder ich kann auch hier noch etwas suchen an Formen, die ich dann dazu bringen kann. Also hier sind keine Grenzen gesetzt, hier kann ich alles Mögliche mit dazu fügen. Eine tolle Option ist auch, wenn ich auf meine Bücher zurückgehe, dann wäre ich jetzt hier mein neues Buch entdecken. Also hier taucht es dann schon auf und jetzt kann ich hier jemanden dazu einladen. Einladen, also ich kann auf Zusammenarbeiten klicken und sagen, hm, nee, ich will nicht, dass alle mitarbeiten. Ich möchte, weil ich hier den kenne, den Account, den jemand anderer hier angewählt hat, mit dazu nehmen. Also wenn ich weiß, dass zum Beispiel mein Nachbar Phobie 13 ist, bei euch heißt das natürlich anders, je nachdem, wie euch der Lehrer genannt hat, kann ich den jetzt einladen, dass der hier an meinem Buch mitarbeitet. Und am Schluss kann euer Lehrer dann diese Bücher sogar alle zusammenfassen. Heute habt ihr also gelernt, wie man ganz schnell und leicht ein eigenes E-Book erstellen kann. Aber Vorsicht, es geht ja auch um das Lernen, nicht nur einfach ums Gestalten. Das ist auch wichtig. Aber zuerst solltet ihr euch vielleicht überlegen, was wollt ihr denn drauf haben? Es macht Sinn, vielleicht sich ein Skript zu schreiben oder sich schon mal zu skizzieren, wie soll denn dieses Buch am Schluss ausschauen. Oder wenn man eine Tonaufnahme oder ein Video macht, dass man zuerst aufschreibt, was man sagen möchte. Denn wenn man dann einfach nur das Mikrofon anmacht, dann kann das ziemlich schnell sehr wenig sein. Und da macht es Sinn, sich vielleicht 10 Zeilen aufzuschreiben. Was will ich sagen? Welche Botschaft möchte ich mit welchem Video transportieren? Oder was möchte ich mit meinem E-Book transportieren? Damit dann derjenige, der es anschaut, auch weiß, was gemeint ist. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß, viel kreatives Austoben und viel Erfolg in der nächsten Stunde. Tschüss!